Damit auch herzlich willkommen auf YouTube. Nicht wundern, meine Kamera ist aus, die mache ich gleich wieder an. Wir haben uns heute ein bisschen verquatscht im Stream und starten relativ spät mit dem Spiel. Bin aber gespannt, was uns hier heute noch erwartet, weil das Spiel ja jetzt, denke ich mal, aus der Erfahrung, die ich ja aus den anderen Teilen mitgenommen habe, dass das Spiel jetzt wahrscheinlich noch furchtbarer wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es kann sein, dass es noch eine kurze Einleitung gibt. Deswegen habe ich die Kamera erstmal aus und ich drücke einfach mal auf Start. Moment mal, jetzt bin ich aber gerade verwirrt. So, jetzt aber. Aufnahme läuft! Okay,cyn. Here we are. You can stay on the farm until you get your strength back. Don't thank the owner in mind. You won't even know I'm here. I need a quiet place to rest for a bit. I'm so tired. I know, you'll sleep soon. We'll take a bath first. Use the guest bathroom, just past the staircase, and in the meantime, I'll find something for you to wear and I'll bring it over. Oh, and can you please make me a nice big cup of coffee? Um, yeah, sure. Five sugars, please. Five? Okay. Okay, just go and wash that blood off you already. One last thing, Angie. Yeah. What the hell is this dreadful thing on the table? Äh, ja, das sieht aus wie das, was es eigentlich gestern zu Abend, äh, geben sollte. I think it might be yesterday's dinner. I think it might be today's dinner. This frozen lump of flesh? Yep. Well, no offense, but it doesn't look very appetizing, does it? No, even so. This guy, Kieran, offered to make bro slime yesterday. But I guess he fucked up. No shed. Never mind. At least now I know I can't rely on that lazy booger. Right. I'll go wash now. Pass the stairs. Last door. You can't miss it. So, ich muss ganz ehrlich sagen, meine, ähm, Orientierungsgabe, die muss ich jetzt erstmal wieder trainieren, denn ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo hier was ist. Okay, Kaffee soll man machen? I know, I know. Okay. Okay. Okay, dann machen wir mal, wir schauen uns das erstmal an. Clean and empty cup. Wir machen dann erstmal das hier und danach das Wasser dazu. Ja, fünf Zucker. Aber das braucht sie wahrscheinlich gerade auch, ne? Die ist noch am Anfang, ich finde es gerade so ein bisschen, dass die, ähm, am Anfang jetzt noch ein bisschen komisch ist, ne? Aber, ich habe eine Charakterskizze gesehen, das heißt, sie ist wohl irgendwie ein fester Charakter hier, die Damen, die wir gerade gerettet haben, glaube ich, weiß es nicht. Ähm, davon gehe ich einfach mal aus und mal schauen. Und entweder, ich traue der nämlich gerade irgendwie gar nicht, aber die ist bestimmt eigentlich nett. Noch mehr Wasser? Achso. Oh. Okay, dann machen wir das hier mal an. An jetzt. Achso, dann machen wir mal hier Wasser. Aber irgendwas Wasser, wir brauchen, wir brauchen die, ach hier. Okay, ich muss erst mal wieder reinkommen. Was ist das eigentlich mit diesem Cupcake? Wir können gleich oben auch, glaube ich, wieder dekorieren, ne? Achso. Ja, ich muss erst mal wieder. Es ist, Entschuldigung. Jede Animation ist es wert, gesehen zu werden, ja? Deswegen bin ich jetzt mal zur Seite gegangen. Es ist keine Animation, aber trotzdem, wir sehen, dass sich da wirklich was tut. Ich habe auch Bock auf den Cupcake. Die arme Frau musste sich jetzt wieder die Unterwäsche anziehen, die 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 ganze Zeit anhatte. Ist ja auch voll blutet und sowas alles, ne? Aber dieser Kaffee riecht wirklich gut. Also, den Kaffee lassen wir hier erst mal stehen. Okay, dann holen wir sie mal, ne? Haben wir sonst noch was hier? Nein. Ich frage mich, ob die Katze auch wieder in ihrer kleinen Form irgendwann mal auftaucht. Oh. Oh, um den müssen wir uns ja auch noch kümmern. Ja, das ist Jenny. Ich möchte keine Sorgen haben. Das ist Jenny. Don't worry about her. What about her? She needed a place to stay for a few days and I've offered to help. Is that alright with you? Oh, that's fine with me. Just ask her to put some clothes on. Yeah. You know. In case that Vicar comes round again. Hm. Ja, wo wir gerade von Kleidung reden, haben wir irgendwas, was wir ihr geben könnten? Oder ja, ich kümmere mich drum und der Typ kommt nicht mehr zurück. Das lassen wir mal. Aber ja, er kennt anscheinend den Priester. Speaking of clothes, do we have anything we could give her? Well, I don't know much about ladies' garments, dear. Von seiner toten Frau wahrscheinlich, ne? It's alright. I can give her some of mine. Ja, oder so. Wait, I, I still have some clothes. that belong to my wife. It's a skirt and a blouse, I believe. I kept them because they were her favourite. They're in a suitcase upstairs. You sure you don't mind letting a stranger wear it? Penny always had a heart of gold. She wouldn't think twice about lending her clothes to a stranger in need. I'm sure of that. In that case. Okay, I'll go look for it. Oh. Before you go, dear. Any chance of another sandwich? Oh, he waited and waited yesterday. But that roast lamb never came. Oh Gott. Huh. I wonder why. But sure. I'll make you a sandwich in a minute. Ja, auf jeden Fall. Also, Fernseher an. Okay. Prepare meal. Warte mal, Kalender. 5. September. Ich mach denen jetzt ein richtig fantastisches Sandwich. Ich sag's euch. Erst noch das Brot. Da ist es. Kommt Mayonnaise. Wo sind wir Mayonnaise drauf? Dann kommt Thunfisch. Dann kommt Thunfisch. Haben wir Zwiebeln? Ei. Okay. Und dann nochmal. Gut. Hä? Das ist ein gutes Sandwich. Das ist voll geil. Nö. Das nehm ich. Das ist ein gutes Sandwich. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich hab ein gutes Sandwich gemacht. Also Thunfisch. Mayo. Und Ei. Entschuldigung. Das ist schon... Nein, das ist voll geil. Was ist denn mit euch? Der Opa wird's jetzt mögen. Wirst du doch Opa, oder? Mann, was mach ich denn? Ich muss mal rausfinden, was der mag. Und dann mach ich den so ein. Alter, was machst du hier? The dinner is the spaghetti to make dinner. He got drunk. Und George... Oh, der hat den Sherry von George getrunken. Getrunken ist, betrunken geworden. Und deswegen... Ja, ich muss auf jeden Fall mal mit ihm reden. Deswegen hat er auch kein Essen gemacht. Ey, kein Sandwich-Becs, die Gaming. Das war geil. Erinnert mich an Thunfisch, Onigiri. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen... Äh, ne? Ja, nein. Hier ist Keller gewesen. Abstairs war das... Ah, hier. Deine Koffe ist in der Kutze. Ich lasse euch wissen. Nice. Danke. Ich werde nicht lange. Ich muss nicht ganz kurz, weil ich... Ah, okay. Ne, seine Frau hat einen eigenen Raum, glaube ich, gehabt, ne? Oder? Ah, doch nicht. Oh, mein Gott. Hey, Jenny. I found some clothes that should fit you. I'll leave them here on the floor, just outside the bathroom. Thanks. I'll be out in a minute. Was ist das für ein Zaun? Was ist das für ein Zaun? Ich muss da unten? Das ist ein Katzengeräusch. Nein, das war mir nicht, das Geräusch. Oh, mein Bauch. Ne, warte, da ist ein Nippel. Da ist ein... Ich sehe einen Nippel. Habt ihr auch den Nippel gesehen dazwischen in der Mitte? Das spielt jetzt schon so geil aus, ey. Oh, oh. Äh, okay. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Döner? Oh, oh. Oh, okay. Hi. Sohn wie ein schönen Schwanz. Also, Katzenschweif. Wie schön die ist. Ja. Hm. Gain control of a cat? Okay. Wir können sie also nutzen. Bird. Vögel sind nicht echt. Birds. Aren't real. Ein Wald mitten in der Stadt. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Okay. Okay. Oh, die Farben, ne? Oh. Oh, die Farben im Spiel sind krass. Eine creepy doll. Blut an der Wand. Um. 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 To little Sheila. She's been stuck in this hole for a while. Who's done this to her? A psychopath called Walter Green, who lives in the woods, not far from the farm. Walter likes to trap people. Hunt them down like animals. Sometimes just to slowly watch them die, but mostly, to skin them alive as a sacrifice to the devil. What do you want me to do? Find Sheila and get her out of there. But do it soon. The sun sets down fast this time of year. You only have till midnight. And at night. These woods are dark. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Ich, äh, ja. Wollte eigentlich noch warten. Ich wollte eigentlich noch auf Jenny warten. Ähm. Ich hab gerade Angst, dass ich das nicht hinkrieg. Boah, bei solchen Themen. Wenn ich das jetzt nicht hinkrieg, ne? Wenn ich so deprimiert im Spiel, also. Wenn du das im Spiel deprimiert, dann ist das halt so. Also schon. Ähm. Wir gucken mal ganz kurz. Kann ich vielleicht solche Sachen hier hinstellen? Nein. Kann ich vielleicht die Blume hier hinstellen? Kann ich ein Toller hier hinstellen? Nee. Okay. Wenn wir etwas Schönes finden. Speichern nochmal. Puh. Da hab ich mich gerade aber erschrocken. Ähm. Wir müssen in den Wald, äh, äh, da wird jetzt, also, ja. Das wird furchtbar werden. Ich weiß das. Das wird jetzt ganz schrecklich werden. Schreckliches Thema. Ah. Wir gucken mal, was mit Jenny ist. Ich geh mal ganz, okay. ganz kurz in die anderen Räume. Ah. Das ist der Raum mit den Damenkleidern. Dachte eigentlich, dass wir dann hier hin müssen. Er ist nicht schlafen. Wo ist er denn? Wahrscheinlich wird er uns gleich wieder jumpscaren. Das ist der Raum mit den Damenkleidern. Wir sind bei dir, Paaren. Nee, alles gut. Ich, äh, sag nur, ne, für euch, dass ihr da, äh, ein bisschen dran denkt. Kann man den Rechner auch nur, also, wir konnten den vorher nicht nutzen, aber wir hatten trotzdem, äh, die Möglichkeit A zu drücken. Das haben wir jetzt auch nicht mehr. Da war noch ein Schaf. Ja. Okay. Da war noch Wasser. Da war noch Wasser. Ja, okay, das ist nicht mehr drin. Und ich kenne das nicht. Hier rein. You're awake. What do you mean? I wasn't sleeping. Mmh, natürlich. Liar. Äh, ja, wo ist das gerüstete Lamm, das du uns versprochen hast? Schlaf doch nicht auf dem Sofa mit deinen, mit deinen, also schlaf niemals wieder auf dem Sofa mit deinen, mit deinen Schuhen. Hast du eine junge Frau gesehen, blond, ähm, so, ja, äh, späte Zwanziger? Ist da ein Wald in der Nähe der Farm oder möchtest du ein Cupcake? Oh. What was that Rose Slum you promised us, hm? Well, where's the wine? You went to get it, and you never came back. I was... Ugh. It's a long story. But now that I think about it, you don't actually need red wine to make Rose Slum. You just stick the damn thing in the oven. It's that simple. Well, not the way I cook it. And what is your way to cook it? Let me guess. Getting pissed on George's sherry and falling asleep? I guess it's better, you never actually started it, because you'd probably just burn the whole place down if you did, you drunken fool. Hey. That was George's idea to open that bottle. Whatever. Wir können dir den Cupcake geben, ne? Ihr wisst auch, wo wir den Cupcake herhaben. Den hatten wir aus einem Kühlschrank in einem Raum von dem Priester mit so OP-Besteck und so. Ich denke, der ist nicht gut, der Cupcake. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man diesen Cupcake isst. Ich merke mir das mal. Don't sleep on the sofa with your boots on ever again. Understood? I didn't. You stalled like a pig. I could feel the house trembling. Again, I wasn't sleeping. I was resting. Alright? Also, I didn't take my boots off on purpose. Oh yeah? I was being thoughtful, and I kept them on, because my feet don't smell all that nice today. I'm not surprised. It's not my fault. I have a condition. Condition my ass. You're just a dirty man who doesn't like to wash. Is there a forest near the farm? Why are you asking? Well, I just feel like taking a walk in the woods. I want to get some fresh air. You know? You don't want to go to that forest? I mean, this is the good old countryside. There's fresh air everywhere. So, that maybe I like to look at the trees. Yeah? Just tell me. How do I get there? Hmm. Well, if you really must. There's a path leading to it in the east yard near my caravan. Hmm. I'll be there all day. Come over and I'll show you. But you shouldn't go there alone. Why not? I hear stories about things happening in these woods. Bad things. Horrible things. Thanks for your concern, but I can take care of myself. Did you see a young woman? Blonde? Late twenties? You mean Jenny? Yes. She's lovely, isn't she? Where is she? The last I saw her, she was talking to George. Hmm. Right. Thanks. Nee, nee, der ist unruhlich nackt, der ist ein T-Shirt. Wir geben ihm den Cupcake-Money. See you later. Der hat bis jetzt noch nichts allzu Schlimmes getan jetzt irgendwie. Also, der ist halt einfach wie es. Never. Ein kleiner Lügenbaron mit Ausreden. Aber so an sich hat er jetzt nichts Schlimmes irgendwie getan, dass ich jetzt denke, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Oh. I see you've met Jenny. Um. Okay. Do you want me to... No, no, leave her. That's fine. As a matter of fact, I'll go find her a blanket. That's a bit chilly today. Jenny, warte, wir gucken mal. Jenny! Einfach ein Pen hier. So. Wir preparen einfach nochmal. Okay. Okay. Ein Neal. Oh, dieses Fleisch. Wie ist da ungekühlt die ganze Zeit steht. Ich drehe durch. So. Okay, wir sollen jetzt raus zu den Woods. Dann machen wir das mal. Jenny. Oh, warte mal. Das war gar nicht hier. Das war hier. Ich mag George, aber bin bei allen Charakteren misstrauisch. Ja, weil man, wenn man weiß, was ein Art Spiel das ist, ist man sehr, sehr vorsichtig, ne? Aber bei einem Priester fand ich es so offensichtlich und es war trotzdem so. Aber vielleicht war es auch gut, dass es so war, dass man dachte, ah, der hat bestimmt nichts. Und dann, nee, man kennt die Art Spiele ja. Und dann hat der ja so. Ab in die Wälder. Ja. Wow, krass, dass es trotzdem immer noch so ist, wie man hier durchläuft, ne? Dass man hier noch überall hin kann, ist komisch. Ja. Machen wir jetzt jedes Mal, natürlich, ne? It's Richard. The horse. Und jetzt möchte ich mich hinsetzen. Und das war's. Aber nicht rein. Oh, da ist er ja. Hallo. Ja. 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 Komm, wir machen's da einfach. Scheiß auf Regeln. Oh Gott, das wird laut für mein Ohr. Hä? Hä, hab ich die echt? Ich glaube, ich treff die gar nicht, ne? Ich spieße mich sehr gemäß. Und hier ist der unglaublich zweckend Preis. Oh. Was ist das? Es ist ein bisschen Schiff. Ist nicht schön? Ich habe es an der Fahrrad-Boot-Sale vor dem Jahr. Danke. Es wird schön auf dem Schiff, ich glaube. Du willst mal wieder versuchen? ich bin jetzt sauer Ey, das ist scheiße. Ich habe jetzt extra falsch gemacht. Also, ab der dritten. Ja. Okay. Also, ich habe da so einen Rhythmus gefunden hier. Ich drücke einfach immer, wenn ich sehe, dass die Flasche auf der gleichen Linie ist. Das Auslösen ist halt verzögert, aber keine Ahnung. Okay, nochmal. Alter! Das ist doch scheiße! Warum geht es denn jetzt nicht? Okay. 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 Let's try it. Ich will wissen, was der erste Preis ist. Ich kann ihn mehr. Okay. 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 Ich möchte jetzt aber den Typen rausz haben. Dann gehe ich mit dem Tool, mit dem Sauberstab hin und markiere ihn so umher rum, lösche ihn raus. da hast du dann so transparen crpare zum Hintergrund, ne? Dann klicke ich den transparenten Hintergrund an und sag, inhaltsbasiert füllen. Was ja mittlerweile dank Photoshop mit so einer KI halt geht, dann füllt er das selber, der malt also das selber aus und denkst, wie würde es logisch weiter gehen, ja. So. Und wenn man das dann macht, dann speichert er dieses, was er gemacht hat, und das ist tatsächlich echt oft gut, in einer Ebene. Das heißt, er ist jetzt weg und im Hintergrund haben wir noch so Heuballen, das Rad wurde vielleicht neu interpretiert und ist dann auch mit dabei und sowas. Alles gut. Und dann hast du aber meistens, wenn du dann mit STRG E die Ebenen zusammenparkst, hast du dann so hässliche Linien. Ich weiß selber noch nicht, wie man das wegmacht, aber ich gehe dann mit einem Stempel und stempel einfach ganz leicht rüber. Diese Linien hier an dem Wagen hier und hier und da oben drüber hier diese schwarzen, sehr dünnen Linien und hier, das ist ein Quadrat. Ich sehe doch, dass das ein Quadrat ist. Das heißt, es wurde hier irgendwie bei dem Bild benutzt und die Linien sind nicht versäubert worden. Das sieht man auch, weil dieses Z hier, also was so aussieht wie ein Z, seht ihr, das ist nicht eins zu eins drauf und das triggert mich gerade so hart, dass es dieses warum ist das so? Ich dachte erst, der wäre irgendwie kaputt, der Wagen, aber dann sehe ich so, dass das hier über diese Flügel auch geht. Hier wurde was entfernt und dann neu eingefügt und hat dann aber diese hässlichen Linien behalten. Das macht mich gerade fettig. Das macht mich gerade wirklich fettig. So, das wollte ich nur kurz sagen. Keine Ahnung. Aber trotzdem ist das natürlich alles sehr geil. Das ist nur so eine Kleinigkeit gerade. Wir reden nochmal mit ihm kurz. Hat er noch was? Nein. Wieso brauchen wir Practice zum Shooten? Ja, bitte keine Spoiler, kein Backseat Gaming und let's go.